Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne deinen Like, Kommentar und auch dein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam wachsen und den YouTube-Algorithmus so richtig in die Höhe schießen lassen. Und deswegen geht's auch direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch sehen, was der Tag für dich bereithält. Und es geht wundervoll los mit, du erfährst spirituelle Entfaltung, gehe neue Wege und öffne dich für neue Erfahrungen. Diese neuen Erfahrungen sind natürlich jetzt sehr, sehr wichtig für dich, denn du wirst spüren, du wirst heute ein sehr, sehr hohes Ich-Bewusstsein bekommen. Du wirst spüren, was dir wichtig ist, du wirst spüren, was dich in die wirkliche Glückseligkeit führt und vor allem wirst du aber auch spüren, was dich so ein bisschen belastet in letzter Zeit, was du nie so ganz zugegeben hast. Und dieses Zugeben, das bringt dir heute sehr, sehr positive Glücksemotionen und gibt dir auch eine Klarheit für, wie du deine Probleme angehen sollst. Also deine ersten Lösungsansätze, die du schon sehr lange gesucht hast. Da war ein bisschen die Verfahrenheit drin. Nichts hat funktioniert, alles, was du versucht hast, war immer so ein bisschen Schuss in den Ofen. Aber jetzt kannst du die wahre Entfaltung spüren und das Schöne daran ist, du warst schon dort. Also du hast eigentlich schon den Grundstein gesetzt, aber hast nicht gesehen, dass es wirklich so eine Fülle für dich ist. Daraus entsteht hier dieser wundervolle Fortschritt, der die Thematik deines Umweges im Leben jetzt auch rechtfertigt. Also wieso das bis heute warten musste, wird am Ende des Tages für dich alles in Sinn ergeben, weil du hier auch in die Adlerperspektive gehst. Also du wirst es alles von einem wundervollen Blickwinkel aus sehen können, der dir sehr viel Klarheit gibt, der dir sehr, sehr viel Verständnis gibt und der dich das Ganze auch positiv sehen lässt. Und das ist genau das, was hier noch ein bisschen verborgen war. Die Positivität hinter diesem Warteprozess. Das wird dir aber heute geschenkt und das ist dann auch sehr, sehr wichtig. Und das ist genau das, was ich eben sagte und deswegen resoniert das so schön. Es geht jetzt um deinen nächsten Schritt, also um das, wie du dein Problem lösen kannst, dass du dein Problem erkannt hast und verstanden hast. Das war der erste Schritt und das Schöne daran ist auch, dass du siehst, du bekommst jetzt auch das Selbstvertrauen, diesen Weg zu gehen. Deswegen liegt hier auch alles in der Positivität und in dem wundervollen Fortschritt, der sogar geschützt ist von dir energetisch und eben auch die Einladung, diesen Weg jetzt zu gehen. Diese Einladung ist auch wichtig, weil sie dir aufzeigt, dass die Blockade, die dich die ganze Zeit so ein bisschen festgehalten hat, dass sie auch deswegen da war, weil du dir gar nicht bewusst warst, was wünsche ich mir denn überhaupt aus dem Herzen, was kann ich denn überhaupt ändern in meinem Leben, dass ich glücklicher bin. Ja, also dieses wahre Glückseligkeitsgefühl hast du so gar nicht erfassen können für dich. Und das ist natürlich schön, dass es jetzt dann passieren wird. Lebe leicht und spielerisch und höre auf die Stimme deines inneren Kindes. Das ist auch sehr, sehr interessant, denn durch diese Leichtigkeit, die du da wieder bekommst und diese Visionskraft, erinnerst du dich auch so ein bisschen zurück. Was habe ich mir als Kind gewünscht? Wann habe ich aufgehört, mir Dinge zu wünschen, so wie ich sie gerne haben möchte und habe mich so ein bisschen an dem Außen ja mit dran gehangen, energetisch zumindest, was eine Zukunftsvorstellung betrifft. Das innere Kind lädt dich heute dazu ein, so ein bisschen die Festigung dafür zu bekommen, in deinem Rückzug, wenn du mal alleine bist, nicht gleich in depressive Verstimmung zu fallen, sondern zu verstehen, dass du auch für dich Raum brauchst, dass da nicht jemand ein Partner sein muss, dass da nicht jemand ein Kind sein muss oder die Eltern oder Freunde, sondern dass Leere auch manchmal wichtig ist, um dich zu regenerieren. Und das wird dir heute dann auch widerfahren, weil nur du bei dir selbst sein musst heute. Dein Ich-Gefühl wird heute, ja, einfach Bände sprechen. Da haben wir den Engel der Freude. Das ist sehr, sehr schön. Der Engel der Freude ist an deiner Seite, wo auch immer du bist. Er zeigt dir, wie wunderbar das Leben sein kann und schenkt dir die Fähigkeit zu lachen. Freue dich an den kleinen Dingen des Lebens. Sie sind ein Geschenk des Himmels und deines Engels. Und diese kleinen Dinge sind gar nicht so klein, wie sie hier beschrieben werden, sondern es ist ein großer Bestandteil. Es geht nämlich um deine Herzenskraft, die du heute wieder findest, weil sich die Blockade löst. Es geht um dein Gutglaube, also dass du wieder deine Hoffnung für dein Leben schaffst, was allein durch diese Blockade gelöst wird. Und es geht auch so ein bisschen um deine Empathie, deine Magie, deine Spiritualität. Also alles, was in dir so ein bisschen am Prodeln und Rotieren ist, was deine Chakren so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Heute findest du wieder richtig genau zu dir zurück. Und das ist der Punkt, weshalb die Freude so authentisch und so groß ist. Das ist auch wichtig, weil du somit deine Zielprojekte, deine Projektziele, kann man auch gerne sagen, viel besser erkennen kannst und dann auch in die Arbeit dafür gehst. Also du gehst ins Tun, weil du bei dir selbst bist und die Leichtigkeit wieder im Tun auch findest. Das bringt dir alles Freude ins Leben und das wird auch mal langsam Zeit. Reiße die Mauern um dein Herz nieder. Gib und empfange Geborgenheit und Wärme. Die Mauern um dein Herz, die sind heute schon sehr, sehr stabil. Das heißt, es wird irgendetwas Emotionales noch auf dich zukommen heute, wo es wirklich heißt, Schutz runter und Augen zu und durch. Ich würde auch schon gerne Scheiß drauf sagen, aber Augen zu und durch. Es kann dich niemand verletzen, weil du bist heute in dem Wertschätzungsprozess zu dir selbst, dass jegliches Gift, was zu dir kommen soll, abgewehrt wird. Deswegen, wenn Emotionalität auf dich zukommt, ist es heute die reine Fülle. Und das lässt eben wieder deine Glückseligkeit wachsen und zeigt, dass du sehr lange auf Dinge verzichtet hast, die dir eigentlich sehr, sehr wichtig waren. Und genau das ist der Dreh- und Wendepunkt von deinem Leben, dass du endlich verstehst, hey, ich bin gar nicht anders, so wie die anderen sagen, sondern die anderen haben ein Problem damit, dass ich so bin, wie ich bin. Und genau deswegen finde ich jetzt wieder meine Stärke, weil ich finde mich toll, so wie ich bin. Und ich finde dich übrigens auch toll, so wie du bist. Ja, perfekt, der Engel der Wandlung ist an deiner Seite, wo auch immer du bist. Er hilft dir dabei, Änderungen und Wandlungen voller Kraft hinzunehmen. Er nimmt dir die Angst vor Neuem und lässt dich erkennen, dass in Änderungen auch der Neuanfang liegt. Gehe voller Zuversicht Neues an und lerne aus Vergangenem. Und das ist ja, wie ich eben auch sagte, so schön, dass es die ganze Zeit in Resonanz geht, der Dreh- und Wendepunkt. Lerne aus dem Alten, also alles, was dich festgehalten hat, alles, was dich blockiert hat. Am Anfang hatte ich dir gesagt, es hat einen Grund und den wirst du heute verstehen. Es ist die Wandlung, es ist die Transformation, die du durchleben musst, weil du möchtest keinen Stillstand. Du möchtest im Bewusstsein wachsen, du möchtest verstehen, du möchtest dich entfalten. Und genau das wird heute eben passieren und dadurch wirst du auch spüren, es ist der nächste Schritt in dein großes neues Leben. Und daher macht das Ganze auch boom wie eine Bombe, weil dieses Ich-Vermögen, was du dir heute antrainierst, das macht dich in einem hohen Level der Selbstliebe aus. Musik 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 Vielen Dank.